Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu Let's Rage-Mond. Keine Ahnung, Alter. Ey, die letzte Aufnahme beim Alex ist willkürlich abbrauen. Sorry dafür, dass irgendwie mein PC hasst OBS, wie es scheint. Ja, übel. Ähm... Ja, du hast den Encounter von 107 schon gefangen, oder was? Ja, das ist ein Tantacher. Perfekt, ich muss den jetzt erst noch machen. Ich fange... Ah, ne, ich habe noch nicht gefangen. Ich stehe jetzt gerade vor ihm. Achso, perfekt. Hab mich nicht bewegt. Gut, dann habe ich ein Enteron. Hm, auch ein Wassertyp. Ja, ich brauche aber endlich mal ein Wassertyp. Ich brauche mal Feuer oder sowas. Oh, kann ich das angreifen? Ja, mit Peeple Laws vielleicht. Nee, eigentlich darf ich nicht wechseln. Ich probiere es mal mit dem Super Bowl. Ach ja, Alex ist auch wieder mit dabei. Ja, für den, wie es mir ist, der Wübelwind. Der Wübelwind. Wir, wir, wir stimmen schon auf Diablo ein. Hab ich gehört. Vielleicht muss ich nochmal lauter machen, nochmal. Ich finde dich halt auf meinen Kopfhörern laut genug, aber in der Aufnahme bist du immer so leise trotzdem irgendwie. Ja, das ist bei mir aber auch neu. Tanner Wübelwind. Fuck, ich müsste wirklich das Enteron einmal angreifen. Ich glaube nicht, dass ich das mit den Pokébären hier fange. Hast du das, Tentara? Nö, noch nicht. Schlaf, Bruder. ich muss pokémon wechseln es hilft nichts ich muss glaube ich auf panzer sternen stau ist die nicht ein bisschen zu ok heute das leben die sternstau ist doch also tacke wo immer ein festgelegten ding hat oder beide halt einfach hey es ist so frech das pokémon nach dem dritten mal wackeln ausbrechen können es ist so frech es ist so frech ich bin kein superball verwenden ich kann das wie ich noch mal angreifen aber ich habe auch wirklich keinen bock für diese scheiß wie jetzt 20 bälle herzunehmen ja jetzt wird's frech ich setz schon das zweite mal schlaf drittemal schlafbruder ein der hat kratzer kann ich hergehen was kann ich denn dennoch ok pass auf ich muss ich hole jetzt mal ich probiere was aus ich hole jetzt mal fluffeluff was hast du das hat gesagt let's go ja schläfer dem mal einen hund geil ist beim schlafen nicht auch die ding erhöht ja ich glaube ich mal diese feuer alles ich mache noch ein pfund okay ich mache noch ein pfund und dann versuche ihn zu fangen das könnte auch machen ja ok easy so beutel pokémon let's go auf geht's der ist kurz vor rot schläft ding lang kappa was heißt die lang kappa müsste die kappa nennen keine ahnung aber warum das einzige twitch ich hätte jetzt eher omega lull genannt ok dann omega lull omega lull wurde auf jemandes box verschoben ok geil ich will das fluffeluff entwickelt sich heute ne durch freundschaft auch durch freundschaft ja dann verschiebe ich den jetzt mal auf die box items hat keins muss ich ja mein null auch wegnehmen es hat neutral tor so sie mag werden nicht mehr bad es hat bei mir mental kraft steigert angriff es ist auch gut ja aber irgendwie zwischen müssen wir machen glaube ich ich will heute ich will das enteron im team haben ich bin fein irgendein anderes meiner wasser pokémon wegzutun ich schaue jetzt erstmal was enteron hat chlorophyll int plus bei sonn wesen lasch nassmark ich brauche es nicht gut wir schauen den nächsten encounter an ok wollen wir den mann über der ding nehmen es gibt jetzt nur noch einen eigentlich und damals in der höhle die höhle ja ja jetzt kann du was du spielst ricks alex vielleicht bin ich ins wetter ok perfekt what the heck ok was hat er bei dir ein suikun bei mir hat er magma prange deine zeit ist gekommen töte es go prange ok ok so stirbt magma danke pass auf das ding ist ich muss jetzt erstmal ein pokémon wechseln ich darf easyclap nicht mehr vornamen bei encountern wen tue ich denn vor ich glaube panzer erdung tue ich mal vor ok dann ist das hier schon eine neue route oder ist das noch fast hafen ne ist ne neue das beim angler ist schon eine neue route das ist 106 ok bist du fertig mit dem angler nö das suikun ist tanky as fuck gut dann ruhig mir noch hier oh ne ist schon wieder nen premier ball gefunden geil was gibt es hier für ein item kalzium oha easyclap ist stufe 20 auf gehts ok dann encounter time warte nein ich muss pray schon noch vorne setzen ok encounter time Junge beiß halt jetzt mal an tikka hallo und es ist raiju na raiju dann raiju ok josh 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 jetzt werde ich aber gleich sauer ich beißt nichts an ich hab die meri überfischt absolute skill def dicker also jetzt reicht so ein satz wie raiju wild wurde gepflanzt kann man auch falsch verstehen jetzt es ist ein kom hallo dicker also jetzt reicht's aber gleich ich sag nein dicker es beißt hat nichts an bei mir was soll das hallo hier beißt nix an jetzt endlich ich hab oh gott ich hab'n hypno was die kümmern steam nehmen hypno es war nicht mal so schlecht to be honest ja was will ich mit dem kinder vergewaltigen lassen hat der fuck oder ich weiß dass der background ziemlich wie soll ich denn das jetzt wieder fangen du nimmst einen pokéball und steckst es rein danke probiere ich gerade dicker das wackelt nicht einmal obwohl es auf der hälfte ist habe ich vor dass mir die höhle gehen muss ich noch mal pokéballe kaufen ich habe auch noch mal so voll ich habe fünf pokéballe zwei premio bälle ein timerball und ein superball ich habe das reitschuh jetzt das heißt jetzt aber kapper nein jetzt setzt es ich weiß nicht ob ich das hypno von ich bin kurz davor ist einfach unbedingt dieses scheißviech und du darfst nicht denken was dich am besten voranbringt so was uns am besten voranbringt ja das ist das hypno zu töten ich brauche was anderes außer wasser im team ich werde das hypno aber nicht in mein team tun warum nicht was soll ich dafür weg tun was hast du nur sagen die beste sind als hypno sag einfach die pokémon ich weiß den team gerade nicht auswendig jetzt bricht es noch am dritten mal wackelt als ich wirklich so ein sauer ich habe panzer ehrung golbert rayguaza nocchan äh was ist das fünfte naja keifel und halt fluffeluff fluffeluff das ist das einzige pokémon was ihr bei minor entwickeln könnt naja golbert auch noch fluffeluff oder golfe würde ich weg tun dann ich tu mit sicherheit nicht golbert weg jetzt fluffeluff alter warum war ich denn jetzt ey ich werde es so sagen ich hoffe halt jetzt einfach nasenbluten ja den nennen wir kapper ja hast du es ja ja ah ja 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 mir jetzt zocken aus so eine pause macht ja oder bist man und ist einfach laufen ja genau oder und zwar damit mal ganz die hose und meine ganze wäsch voll oder ja genau willige speise was das reichwort kraft koloss das heißt es ist ein reich über sowieso ein richtig guter spezialangriff hat du nimmst den angriff in das ding hat und verdoppelt den auch noch das ist ein monster oh mein gott ist dessen monster heilige scheiße oh mein gott so ist jetzt ein team ins team tour anstatt dingsbums anstatt bieberack würde ich dann reinnehmen also anstatt lul ja ja wir brauchen die andere pokémon auswechseln können sondern nur einmal poké bälle kaufen ne ja und dann in blütenburg gleich den encounter angeln ok hat sie noch ein planer es war 206 nicht unterziehen oder gut oder zieht bisher rechts jedenfalls tauchen ja ein guter 107 haben wir schon ja da hast du das über das war roten das werk war ein ding in der in der stadt post hafen ja aber wir haben trotzdem hier alle drei encounter und nicht hier aber 105 haben wir nicht das ging jetzt muss wir haben das ja wir können jetzt in blütenburg noch einmal angeln und wir können oben am steg vom park angeln nee doch das ist ach so der halt das ist ja ja plötzlich ja vergisst es ist ja gut 104 das immer ja aber dann auch einmal zu blütenburg noch und dann in die höhle ja dann kommt erst noch der andere angeln nochmal ja noch so erst mal poké bälle kaufen verkauf ich denn da jetzt 20 ich habe 10 gekauft du glaubst 16 ok ich kaufe jetzt mal 10 und dann schauen wir wie viel ich noch ich habe den pokémon haken es ist ja du bist so hart oder ich habe einen knogger in tragosso geil das wird natürlich glaube ich aber wissen was sich entwickelt ja das können wir später machen wenn man ep teile und so haben dann können wir das auch hochziehen überschnell oh mein gott alter tragosso wackelt halt nicht einmal du kleiner nuttensohn du bist level 5 schau fällig dass drin bleibst jetzt kommt alles was du hast ich werde so sauer echt ich werde eiskalten wasser spezialist pokémon kappa du bist dran hypnose ich habe ein primärball ein primärball wirfst du hast auch noch einen sekundärball klar in der rosentasche geil habe ich sogar zwei von geil zwei sekundärbälle aber die sollte man nicht drücken das mögen die nicht na danke wenn es flieft fangen wir wenigstens den vollidioten also meins fange ich gerade nicht irgendwie und ich kann es nicht angreifen weil er stirbt vielleicht wenn es in gelb ist bist du jetzt gelb ja jetzt bist du gelb ja wie nennen wir das ja überleg dir schon mal einen namen ff 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 nimm mal pogchamp ahhh pogchamp ff 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 PogChamp Bericht Aqua Hülle Verhindert Verbrennung Wow Weißt du was das für Attacken hat? Nein Heuler und Rutenschlag Ich lösche mich Mein PogChamp hat Tempomacher Okay, wait Ich habe jetzt noch 13 Pokeball und 1 Premier Ball Glaubst du 14 Bälle reichen? Ja, müssen Ja Junge, da wenn jetzt so da wenn jetzt irgendwie hoho oder was drin ist Dann kill ich den Encounter Danke Bitte Warum? Weil du gedroht hast mir meinen anderen Encounter zu töten Habe ich es gemacht? So Ruhe Ab nach Farsthaven und ab in die Höhle Das Spiel könnte zwei spielen hier Wenn du es amortieren willst dann richtig Ich schwöre mein Gott Ich geh zu Kamelo rein Ich habe eine absolute Encounter Folge halt einfach nur bei mir Ja Ja Dann nehme ich es wieder auf Was? Wie lange nehme ich es wieder auf? 20 Minuten also den Encounter in der Höhle machen wir noch Dann ist die Folge Troy und Kamelo Ja Ich habe den zweiten Angler überge- äh geskippt Hehehehe Ich skipp den nicht ich mach den nicht Ich mach den nicht Ich mach den nicht Was? Was? Hehehe Und wir sind einfach durch Oh Gott der Brantini Say what? Der Brantini Ja genau Null Turns Ja Moin Wow Wow Das verspottet mich ein bisschen Schuppet Das macht Donnerwelle Ähm Das schlässlich Farek Dratini Schuppet Farek Dratini Oh ich habe ja Pepe Love Das hat auch äh undlicht So der Verfolgung Komm Nocchan Der Angler Alu ist Alter Level 8 Schuppet Ah aufs Maul Junge komm Wie unlucky kann ich sein Danke Ich bin jetzt dreimal in Folge Full Paralyzed gewesen Okay Geil Ein Taubos Ein fucking Taubos Willst du mich raufeln? Willst du mich raufeln? Bei mir hat ein Tyrokrok Ich bin jetzt so gerne Reinschuh Reinschuh ist an der Stufe 8 Ja warum ist Elektro effektiv gegen Flug oder was? Oder meint es einfach bloß weil es viel XP gibt Hast du das als gerade ernsthaft gefragt? Ja Elektro effektiv gegen Flug? Ja Echt? Ja Loi Jetzt wusste ich nicht Weißt du warum Garados von jedem Elektro Pokémon zittert? Weil es Wasser ist? Weil es Wasser Flug ist Das ist Quad effektiv Loi Das habe ich tatsächlich nicht gewusst Dass Elektro effektiv gegen Flug ist Ich fahre halt legit nochmal raus zu dir Ja mach Bring den Shisha mit und ein Hobby Bier Wie war das du? Du raust dieses Torfiskraub nicht mehr Ja stimmt Ja gib mal Blitz her du Fettsack Okay Eieieieiei Ach Alex Wir machen Camillo nicht Stimmt wir machen Camillo nicht Wir überprüfen in deiner Folge jetzt was anderes Machen wir zwei Kugeln Eis gewertet Und ich bin übrigens in der Höhle Ja ich bin jetzt erst mit dem Angler fertig Alles gut Weil der scheiß Wichser so lange stallt Stolt 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 Ok Small Adios So Encounter Ich hab'n ge- Ich hab'n ge- Ich hab'n ge- Okay, ich hab'n ge- Was hast du? Ge- Gardevoir! Oh, geil! Oh mein Gott, Tobi! Hey, ich hab' halt keine Ahnung, kann ich das mit Windhose angereift mit Rayquaza? Ich glaub, das stirbt. Wahrscheinlich. Soll' ich's testen? Du hast'n Nidorino? Ja. Das ist Typ- Bodengift? Ja, ich glaub' schon, ja. Level? 8. Prage ist halt 18. Prage-Pastor ist... Nee, das überlebt's nicht. Ich glaub's nämlich, ja. Ja, ich werf' meinen Premiere-Ball. Mal gucken. Ich besahm' erst mal das Gardevoir. Perfe- Ja, okay, würde ich auch. Was? 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 Oh, das sind Teleparks. Nein! Nein! Halt's Maul! Dicker, nein, als ob Gardevoir jetzt Teleporter eingesetzt hat. Ich hätt'n'Poke-Ball werfen so... Willst du mich rollen? Nein! Bro, no fucking way! No! Und mit dieser herben Enttäuschung, Leute, werden wir die Folge für heute. Wenn's euch gefallen hat, lasst ihr gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut dabei in der nächsten Folge beim Alex vorbei, die gibt's übermorgen. Ja. Das war's dann, Alex. Fuck my life. Fuck my life.